Schwäche? Was soll das denn heißen? Jeder bekommt eine Schwäche zugeteilt, von der man dann stirbt. Aber meistens ist es irgendwas total Seltenes. Ja, okay, dann sollte ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Nein, ich habe Red Bull bekommen, dann darf ich nie wieder mehr trinken. Und was hast du bekommen, Mandy? Ich habe Sonnenlicht bekommen. Na toll, ich werde nie wieder rausgehen können. Geschweige denn in Urlaub oder mich freuen. Mach dir keine Sorgen. Ich glaube, ich habe da eine Lösung für dich. Und die Beere? Ist das dein Ernst? Ich bin hier gerade drin. Ist das hier wirklich nötig? Ja, oder möchtest du lieber sterben? Die Sonne, die scheint ja auch durchs Fenster. Du musst es immer anbehalten. Achtung, Achtung, Notfall. Alle Schüler versammeln sich auf dem Schulhof. Oh nein, aber dann muss ich ja rausgehen. Das wird schon alles. Mach dir keine Sorgen. Komm schnell mit. Mandy, warum trägst du eine Sonnenbrille und eine Cappy? Ach, das ist so ein neuer Trend. Ist das etwa Designer? Darf ich auch mal anziehen? Nein, du kannst sie nicht haben. Doch, gib mal her. Ey, ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das.